Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Äh... Wie das? Sieht nicht so aus. Guck mal, da haben wir aber auch wieder einen Schlüssel, dann geht das doch. So, einmal bitte das hier. Oh, erhalten Karte Uni-Insel. Karte, welche die Umgebung zeigt, auf Kartenbildschirm betrachten. Äh... Okay. So, hier geht's rein. So, was gibt's hier drin? Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall... ...auf jeden Fall den Schlüssel für da oben. Hm... Was da drin ist, weiß ich nicht. So... Wollen wir da rumrambeln, und da rumrambeln. So, jetzt können wir ja hier hoch. Hm... Können wir hier hoch? Ja, können wir. Okay. Ja, das hab ich schon gesehen. Spiel? Das hab ich schon gesehen. Gut. Achso, okay. 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 Was kommt jetzt? Okay. So. Okay, da brauch ich mal ne Verlangsamung. Und da muss ich rein. Okay. ...schwierig. Schwierig. So. Aber wie komm ich denn jetzt hier raus? Hier komm ich raus. Ja, hier komm ich raus. Okay. Dann kommen wir hier weiter. Wo konnten wir sonst noch lang? Dann das hier, das hier, das hier. Das sieht nicht so yum-yum aus. So, ich würde gerne den Schlüssel wiederholen. So. Genau. Dann haben wir das. Dann machen wir den Schlüssel. Und dann... Dann haben wir den Schlüssel und dann... Hoppenrennen. Und dann... Und dann... Mein Herr. So, ihr habt es also bis hierher geschafft. Ich muss euch leider mitteilen, werter Herr, dass der Spaß zu Ende ist. Es ist meine eingeschworene Pflicht, hier zu wachen. Aber während unserem kleinen Wettkampf... Oh, äh, wie soll ich das noch ausdrücken? Habt ihr meine Zunahigung gewonnen, werter Herr. Der Anblick von euch, wie ihr euer Leben in einem eleganten Sprint riskiert, das ist etwas, das ich einfach nochmal sehen muss. Ich habe als Torwächter versagt, da ich so fühle. Also versteht ihr, werter Herr, ich möchte ein Leben voller Wettkämpfe leben. So weit zu kommen, um dann aufzugeben, nein, so bin ich nicht. Es ist mir egal, ob ich als Torwächter versage. Lasst uns dieses Rennen zum allerbesten Rennen machen. Okay. Okay. Einmal alles bitte hergeben. Okay, dann komm, natürlich. Nein, 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 ich hasse diese Viecher, ich hasse sie, ich hasse sie. So, komm, lass mich drauf bauen. Weg mit dem Schmuck, dankeschön. Aua. Ach man, lass mich doch ausweichen. Ich will doch noch ausweichen. Ich will doch noch ausweichen. Interessant. Aua. Was ist denn dahinter? Das Leben, das hätte ich gerne. Bueno. Okay. Ja. Okay. Hallo, Spinner. Soll ich da runter? Ich würde gerne da rüber. Nein, ich habe den Schlüssel fallen gelassen. Kann ich dich hierhin zaubern? Das sieht nicht gut aus. Kann ich dich hierhin zaubern? Ja. Kann ich dich hierhin zaubern? Dann kann ich dich doch sicher so rüber zaubern. Ach, Kacke. Spinne, ey. Okay, wie mache ich das denn am besten? Ich müsste halt das Ding hier... Nicht das. Ich müsste das halt irgendwie so machen, dass ich das hier runterzeichne und dann so. Nein, genau das nicht. Ich würde das hier haben. So. Guck. Und dann einmal hier hoch. Oder auch nicht. Kriege ich das denn hin? Ah, Kamera. Kamera. Dankeschön. So. So. Hier. Überall. Hier. Überall. So. Juhu. Meine Kiste. Äh, Perle. Ja, geschütt. Kann ich bitte hier runter? Okay, muss ich das hier so machen? Okay. Den einen habe ich irgendwie schon getötet. Okay. Keine Ahnung wie, aber habe ich anscheinend gemacht. Okay. Wofür brauche ich denn den Schlüssel? Ich bin Blockkopf. Ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort so, dass alle passieren können. Äh, warte. Es sollte heißen so, dass niemand passieren kann. Ach, du bist es schon wieder. Ja, möchtest du wirklich, dass ich weiter auf deinen Schwachpunkt zeige? Zeige. Wovon redest du da? Ähm, nun ja, äh, wo war ich? Äh, oh ja. Äh, du bist dieser schreckliche Mörder, der meine Brüder abgeschlachtet hat. Der weiße Dämon des Todes. Sieht so aus, als hättest du einen neuen Spitznamen-Fake neu. Ich habe deine Ankunft vorausgesehen. Du, äh, ich bin der Schattenherrscher der Uni-Insel. Sei gewarnt, ich bin total anders als meine Brüder. Du magst zwar der weiße Dämon des Todes sein, aber mich wirst du nicht erschlagen. Und jetzt verschwinde hier. Kommt niemand durch. Oh Gott, hat er viele. Ähm, hier, 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 hier. Ach, das war ein bisschen weiter oben, okay. Ähm. So. Eins, zwei, drei, drei. Oh Gott, das sind halt echt viele. So. Hier. 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 Ich habe den anderen vergessen. Ich glaube, der war hier. Und hier. Aua. 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 Komm. Aua. 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 Amy, vergisst du nicht irgendwas? Diese Leuchten. Ja. Nein, ich vergesse es nicht. Ich sehe es ja. Aber es geht halt echt schnell. Okay. Eins. Zwei. Eins. Zwei. 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 Nöhnter. Hier. Zwei. 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 osaic. Zwei. Zwei. Da, 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 da. Ach, ne. Geh mir nicht auf den Sack, ist du. Ich kriege das echt nicht hin, ne? So, eins, zwei, drei, vier. Okay. Das ist jetzt ziemlich einfach. Ich mache jetzt aber große Pünktchen. So, mein Gott. Da. Da, wo war denn der letzte? Hier, oder? Ach, Mann. Ach, Mann. Geh so ein Herr auf. Ich weiß doch, was ich tue, aber dann mach du das doch, Alter. Wo habe ich den Schlüssel hingekriegt? Wieso mach du das so groß, Maul, wenn du das so gut kannst? So. Hier. 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 Kann ich das irgendwie so machen? Ich habe keine Ahnung. Es fuckt mich ab! Ich bin so... Ich bin so... So, Esel, lass mich in Ruhe. Ich meine, wenn die... Ich fände das ja toll, wenn das Spiel checkt. Hey, die kriegt das nicht hin. Vielleicht, äh... Vielleicht helfen wir der, indem wir der mal anzeigen lassen, wo sie ihre Kackpünktchen hinmachen muss, weil die ist ja scheinbar zu inkompetent, die Person, die das macht. So. Ich habe vergessen, wo der letzte Punkt war. Ah! Ah! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Es ist nicht hilfreich, Jesu. Es ist wirklich nicht hilfreich. Es ist nicht hilfreich. Es ist nicht hilfreich. Dankeschön! Ach, du meine Güte. Das ist also die wahre Macht des weisen Dämon des Todes. Du hast so leicht auf meine Schwachpunkte zielen können. Und dabei habe ich so hart trainiert, um sie zu verbergen. Ich Blockkopf gestehe meine Niederlage ein. Dennoch bin ich der Schattenherrscher der Uni-Insel. Zumindest entehrt mich nicht in der Stunde meines Todes. Ich möchte in Ehren ins Jenseits einziehen. Guck mal, wer da ist. Ich kann euch tatsächlich nicht das Wasser reichen, wer der Herr. Eure Augen immer auf die Zukunft gerichtet, haben euch zum Höhepunkt geleitet. Natürlich meine ich nicht unser kleines Rennen, oh mächtiger Krieger, der ihr die höchste Spitze der Burg auf der Uni-Insel erreichen wollt. Der wahre Höhepunkt eurer Abenteuers ist nah. Tobi hat noch nie sofort diesen Drang, sich zu messen, verspürt, werter Herr. Auch wenn ich mich euch nicht anschließen kann, so will ich mich von euch mit einem letzten Sprint verabschieden. Mist. Nun gut, werter Herr. Jetzt das Rennen, um alles zu beenden. Macht es zu einem, das ich niemals vergessen werde. Oh, schwierig. Nicht da hoch. Okay. Scheinbar. Okay. Ich muss die Arme kaputt machen. So. So. Dann einmal hier. Okay. 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 Warum höre ich denn auf zu sprinten? Der ist halt schon schnell. Der ist schon echt schnell. Okay, ich muss halt irgendwie hier hoch. Was habe ich denn wieder? Okay, ich habe ihn wieder. Ich darf nicht rechtsklick drücken. Nein, ich wollte es gerade nicht nähen. Habe ich es durchgeschafft? Wirklich überragend, werter Herr. Ich bin froh, dass wir uns so verabschieden können. Ich hoffe, mein letzter Sprint hat euch erfreut, Herr. Du bist gar nicht mal so schlecht für ein Stück Papier. Und auch wenn du ein Feind bist, so finde ich doch, dass du unseren Respekt verdient hast. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ein so großer Mann wie ihr seid in meinem letzten Augenblick dabei ist. Hey, 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 Müll, warum sprichst du so, als würdest du jede Sekunde verschwinden? Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen und werde deswegen ausgelöscht. Deshalb muss ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich werde jetzt den Preis dafür bezahlen, dass ich meine Pflichten als Torwächter vernachlässigt habe. Du meinst? Oh, trauert nicht um mich, werter Herr. Das war das Leben, das ich mir gewünscht hatte. Es bedeutet mir viel und niemand kann mir das je nehmen. Auch wenn ich nur als einfacher Dienergeist geboren wurde, so sollte ich doch zumindest bei meinen Dahinscheiden tun und lassen können, was ich möchte. Ansonsten wäre mein Leben eine Verschwendung gewesen. Ich fürchte, ich werde euch nicht den Rest eures Weges führen können. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich euch zum Abschied schenken könnte. Aber leider muss ich mich mit leeren Händen von euch verabschieden. Ich bitte, bitte vergebt mir. Lebt wohl, werter Herr und viel Glück. Tobi, es war mir als nur ein kleines Rennen. Vielleicht wäre ich ohne dich gar nicht so weit gekommen. Mit diesem wahren Geist des Wettkampfes, den du mir gezeigt hast, kann ich mich nun selbst der Herausforderung meines bisherigen Lebens stellen. Ripp Tobi. Oh, oh, äh, ich sehe gerade. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und bye bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.